Keiner von denen fährt die Alonso-Strategie, nur Alonso höchstpersönlich und wir fahren sie ja quasi umgekehrt. Startausstellung für den Grand Prix von Spanien. Es gibt eine Pole Position und zwar für Fernando Alonso. George Russell mit einem richtig guten zweiten Platz. Wo kommen Perez und Verstappen in Red Bull? Das ist die große Frage hier in Spanien. Auf Platz 3 folgt dann erstmal Perez. Genau, dann Verstappen auf der 4, das sind sie auch schon. Stroll auf der 5, Hamilton dann Sextor vor Norris und Sainz, die beiden Ferrari etwas geschwächt. Alvin mit einem guten neunten Platz vor Charles Leclerc. Wir kommen dann direkt dahinter auf Platz 11 vor Ocon und Gasly. Zunoda auf der 14 vor Oscar Piastri mit einem guten Qualifying in Williams vor Magnussen, Schumacher und Drogovic. Und dann haben wir auf 19 und 20 Show und Lawson, auf 21 Schwarzman vor Latifi. Und damit Servus und herzlich willkommen zu 11.1.22 in meiner Teamkarriere mit Alibaba Racing. Wir stehen kurz vor dem Grand Prix von Spanien und es geht los hier in einer relativ guten Startposition Platz 11. 9. ist Alvin, also es passt soweit vom Qualifying her. Wir haben Q3 knapp verpasst. Alvin hat es reingeschafft. Aber er war auch ein paar Zehntel schneller als wir mit seiner Runde, die er im Q3 gebracht hat. Von daher hat er sich das auch verdient. Die Frage ist, wie gehen wir in dieses Rennen rein? Spanien ist so, ja, wie soll ich sagen, es ist eine coole Strecke, aber es ist echt hart, da mit der Konkurrenz mithalten zu können. Die machen da echt eine gute Pace. Und ich finde es hier sehr interessant, was uns das Team vorschlägt von den Strategien, entweder Soft-Hart oder Medium-Hart. Und da müssen wir mal reinschauen hier. Vielleicht ist es tatsächlich auch eine Möglichkeit, Medium-Soft zu fahren. Das ist echt übertrieben, aber warum nicht? Also warum sollten wir das nicht riskieren, mal so eine Strategie zu fahren, wie das Alonso gerade am Ende der letzten Saison hin und wieder mal hinbekommen hat? Ich weiß nicht, es kann schon sein, dass es richtig nice wird. Und hier von der Berechnung her ist es sogar schneller. Also wer weiß, es könnte sein, dass es klappt. Ich möchte es riskieren. Reicht, ja, entweder 21 oder 22. Jetzt müssen wir mal gucken. Lass uns das einfach mal probieren. So, nach 150 Meter bis zum Start, bis zu unserer Startposition, unser kleines Startbox, Platz 11. Die Reifen nochmal auf Temperatur gebracht. Direkt hinter uns und Teamkollegen Alvin sind wir da. 33 Runden. Spanien stehen uns bevor, hinter uns die beiden Alpinen mit weichen Reifen. Die wollen gleich pushen, da bin ich mir sicher. Aber sehr guter Start für uns auf Medium-Reifen, mal zur Abwechslung. Da können wir gleich Leclerc angreifen. Alvin jetzt gegen Norris. Sainz ist schon ein bisschen weiter vorgekommen an Hamilton vorbei. Wir sind dran an unseren Teamkollegen. Leichter Kontakt mit Norris, aber wir sind erstmal durch an Alvin. Vorbei am Alvin, richtig gut. Verbremser hier in diese langgezogene Linkskurve hinein. Alvin ist neben uns, aber wir können uns nochmal durchsetzen gegen unseren Teamkollegen. Turbulente erste Runde, Platz 9 vor uns. Das ist schon mal ein guter Start. Norris hat mit den weichen Reifen befreundet sogar ein, zwei Blitzungen verloren. Und wir versuchen jetzt natürlich am Feld dran zu bleiben. Und dann mit DRS auch hier an der Top 8 dran zu bleiben. Und dann haben wir ja vielleicht, wenn alles hinhaut mit unserer Strategie, am Ende des Rennens noch großen Vorteilen können. Vielleicht nochmal angreifen. So, wir starten Runde 4. Sind im DRS mit Saffron Norris. Das hat soweit also geklappt. Ich habe nur irgendwie vergessen, das gerade anzumachen. Wie peinlich. Und wir haben eine gute Top Speed. Dafür sind wir in den Kurven ein bisschen langsamer als die Konkurrenz. Aber das ist, glaube ich, ganz gut. Gerade wenn wir verteidigen müssen. Oder wenn wir dann irgendwann mal angreifen werden, vielleicht. Wichtig ist bei unserer Strategie vor allem, dass die Reifen einigermaßen gleichmäßig abgenutzt werden. Die linke Seite und vorne ist ein bisschen schlimmer. Aber noch sieht es einigermaßen gleichmäßig aus, was hier passiert. Und das ist natürlich sehr wichtig. Denn sobald wir irgendwie mal entweder das Heck oder vorne haben oder so, wo die Reifenstärke abgenutzt sind, dann wird das sehr, sehr schwierig bei einem höheren Abnutzungsgrad. Dann wird das Auto wahrscheinlich ausbrechen oder eben nicht mehr gut einlenken. Und das wollen wir nach Möglichkeit verhindern. Es wird eh schwierig mit unserer Strategie. Aber es macht Spaß. Und Alvin hat sich mittlerweile ein bisschen freigefahren von seinen Verfolgern. Ist jetzt da hinter uns auf Platz 10. Und dann ist eine kleine Lücke zu Gast, wie der dann mit weichen Reifen langsam versucht, das Feld aufzurollen von hinten. Hat den Start erst so ein bisschen verpasst. Und jetzt sehen wir auch gleich mal, wie gut unsere Top-Squid ist. Obwohl Norris auch DRS hat, kommen wir da extrem nah ran. Können wir da vielleicht sogar einen Angriff setzen? Das ist eine kleine Überraschung. Aber tatsächlich können wir vorbei am Ferrari. Wahnsinn, eine richtig gute Pace. Wir haben uns da lang genug dahinter gewartet. Und wenn sich die Gelegenheit bietet, warum nicht? Wir werden eh wahrscheinlich durch die Boxenstops die Position wieder verlieren. Aber es hilft ja, wenn er dann nicht vor uns ist als erstes Mal. Dann haben wir ein bisschen Zeit gut gemacht, auf jeden Fall. Krass ist es, dass da tatsächlich ein ganzer Zug von Autos vor uns jetzt fährt. Das ist bis vor zu Platz 2, bis zu Perez. Ganz vorne Alonso fährt weg. Vielleicht hat er auch die Alonso-Strategie. Woher die wohl nur kommt. Vielleicht hat er da Soft-Reifen noch drauf. Und ist deshalb so schnell. Das kann sein. Und dann sucht er vielleicht auch wieder die Eins da. Wer weiß. Wir können extrem konstant, extrem gut mitgehen mit den vorderen Leuten. Und dabei gleichzeitig ein bisschen Reifen schonen. Wir haben keine Querstehe oder ähnliches drin aktuell. Das ist wirklich gut. Den Lenkeinschlag nutzen wir auch nicht immer voll aus. Das hilft auch zum Reifensparen. Und jetzt haben wir die Chance, Hamilton anzugreifen. Und ich glaube, das wird ähnlich wie gegen... Oh, das ist gut funktionieren hier. Gegen Hamilton wieder außenrum. Und wir haben so eine gute Topspeed hier. Wahnsinn. Da können wir uns problemlos am Mercedes-Piloten vorbeischieben. Richtig, richtig gute Pace für uns heute. Ich glaube, wir haben heute ein großes Ergebnis vor uns. Jetzt kommen die ersten mit weichen Reifen rein. Die haben ins Elfrunden ausgehalten. Das könnte schon eine Eins-Top-Strategie werden. Stroll und Science. Ich weiß jetzt nicht, auf welchen Reifen die gehen. Aber dadurch sind wir jetzt auf Platz 5. Und müssen hier die Lücke schließen, zu verstappen, um der es zu bleiben. Aber das sollte kein Problem sein mit unserer guten Topspeed. Alonso an der Box. Das heißt, er war auch auf den weichen Reifen, wie vermutet. Mal schauen, auf welchen Reifen-Typ der jetzt gehen wird. Auf die Medium-Reifen. Der macht die Eins-Stop wie angedacht. Wie wir das auch machen. Nur umgekehrt. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Rennen hier ausgehen wird. Ja, wir sind auf Platz 4. Und wir haben heute dieselbe Pace wie die Red Bull. Richtig krass. Ich weiß auch nicht, woher das jetzt kommt. Im Qualifying waren wir doch eine halbe Sekunde langsamer. Aber das Rennen ist noch lang. Es kann noch viel schief gehen. Und der schwierigste Teil steht uns jetzt noch bevor. Mit den nächsten 8 Runden noch auf diesen Reifen aushalten. Die jetzt schon so ein bisschen in die Knie gehen. So langsam. Und das ein oder andere Problem in Kurven beim Rausbeschleunigen verbrüßern. Damit man wirklich hier gerade ist. Am Scheitpunkt wirklich früh. Ähm, nicht früh. Nicht spät ans Gas. Und früh aufs Vollgas. Sonst passiert irgendwann das blaue Wunder. Und wir drehen uns einfach weg. Das Dappen da vorne ist so viele Quersteher schon. Der hat wohl zu viel gepusht in der Startphase. Bei uns geht's aktuell noch. Wenn wir wirklich vorsichtig und behutsam aufs Gas gehen. Das Dappen kommt jetzt rein. Sehr früh. Der wird auf jeden Fall nicht auf die weichen Reifen gehen. Oder einen 2-Stop machen. Ja, das sind nicht die alle unsere Strategie. Auch Elvern kommt an die Box Hamilton auch hinter uns. Die fahren alle keine 1-Stop mit weichen Reifen. Wenn, dann gehen die jetzt eben auf die harten Reifen. Und jetzt sind wir dadurch dran am aktuellen Führungsduo Paris-Russell. Und da haben wir gerade gesehen, was passiert, wenn man zu früh aufs Gas geht. Wir müssen mal ein bisschen vorsichtig sein. Hinter uns jetzt schon Alonso. Er fährt eine schnellste Runde nach der anderen. Wenn er das mit einer 1-Stop durchzieht, dann wird er am Ende über eine halbe Minute Vorsprung haben. Da bin ich mir sicher. Wahnsinn, was der gerade entlegt. Schon wieder in seinem Heimkombi. Die Russell und Paris, die biegen jetzt tatsächlich ab und wir übernehmen erstmal die Führung. Wahnsinn. Keiner von denen fällt die Alonso-Strategie. Nur Alonso höchstpersönlich. Und wir fahren sie ja quasi umgekehrt. Ich bin so gespannt, ob das klappt. Ich habe ein paar Informationen über Alonso. Sie haben ein Problem. Er sieht sehr entspannt aus, muss ich sagen. Und Alonso scheint tatsächlich ein ernstes Problem zu haben. Denn er schafft es nicht, bei uns im 1-Sekunden-Fenster zu bleiben. Und er kam ja gerade in großen Schritten ab, wo Runde mindestens eine Sekunde aufgeholt. Das ist für den Halbmeister und Neumeister durchaus überraschend. Und wir können indes einigermaßen die 19-Sekunden-Vorsprung zu seins halten. Und das ist für den letzten Stint wirklich überragend. Wir haben realistische Chancen auf den zweiten Platz heute. Die Frage ist, was passiert mit Alonso? Wenn der ausscheidet, ist der Sieg für uns drin. Wir haben nochmal gepusht, was das Zeug hält. Alonso hat wirklich große Probleme. 3 Sekunden-Vorsprung und ca. 17,5 sind es auf Carlos Sainz. Und jetzt kommt der Moment der Wahrheit bei uns. Die Frage, wo kommen wir raus? Gut angebremst hier in die Box. Es kommt auf jede zehnte Sekunde an. Das Feld ist sehr eng beieinander. Mittlerweile ist Sainz der, der sich da nach ganz vorne geschoben hat, von Stafford 7 oder 8 kommend, der erste der Verfolger, optimal eingewogen. Jetzt mit dem guten Stop. 2,3 Sekunden, das ist wunderbar. Wir kommen hinter den ganzen Leuten raus, das ist klar. Aber wir haben die weichen Reifen und können jetzt nochmal richtig pushen. Wir kommen da raus, wo wir auch vor dem Stop waren, haben also nicht noch Platz verloren. Vor Hamilton, hinter Stroll. Das war schwierig beim rausbeschleunigen. Wir sind nur auf Platz 7, aber wir haben jetzt die besten Reifen im Feld. und Reifenmischmasch, hier lassen doch einige mit Medium Reifen unterwegs. Erstmal die Reifen langsam auf Temperatur bringen und dann 10 Runden Vollgas pushen. Die Lücke zu schließen war gar kein Problem. Die Frage ist, können wir dann gleich den Angriff gegen Landstroll fahren? Auf der Gegengeraden, die Gerade ist kurz. Aber reicht sie aus für den Angriff? Ja, sie reicht aus. Wunderbar. Da gab es irgendwie einen kleinen Fehler mit dem DRS-System. Ich habe drauf gedrückt, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Musste ich mehrmals drücken. Und der Vorteil jetzt mit den weichen Reifen ist natürlich auch, dass wir die schnellste Runde fahren können. Charles Leclerc scheint aus. Der war aber natürlich hinter uns. Jetzt wird zum ersten Mal die Uhr stehen bleiben. Hier bei einer 1.18.7, die schnellste Rennrunde. Das gibt den Extrapunkt, da bin ich mir sicher. Jetzt auch der Angriff. Gegen Max Verstappen möglich. Außenrum. Wir geben ihm wenig Platz, aber gerade so, dass er überleben kann. Und wir sind vorbei. Was für ein toller Letzter sind, der uns jetzt bevorsteht. Wir sind auf Platz 5, haben jegliche Chance auf Platz 2. Gegen Russell reicht es hier etwa auch schon. Wir bremsen spät, aber das war zu spät. Da geht es nochmal außenrum. Aber tatsächlich hat es doch gereicht, um am Mercedes-Piloten vorbeizugehen. Platz 4 für uns. Peres muss sich jetzt warm anziehen. Der amtierende Vizemeister und aktuell zweite, erste, sorry, in der WM. Der wird jetzt von uns hier aufgeschnuppt werden. Wir gehen außenrum vorbei. Keine Chance für den Mexikaner. Platz 3 für uns. Jetzt ist es nur noch 1,5 Sekunden zu Carlos Sainz. Und 8,7 Sekunden zu Alonso. Es ist tatsächlich der Rennsieg heute drin, weil Alonso dieses technische Problem hat. Das ist natürlich traurig, weil wir seine Strategie hier und heute anwenden und perfektionieren. Aber wenn es am Ende daran scheitert für Alonso, dass er technischen Defekt hat, dann ist es natürlich extrem traurig. Trotzdem haben wir aktuell eine spanische Doppelführung. Noch mal die schnellste Rennrunde. Da hatten wir jetzt auch keinen Verkehr. Und schaut euch mal an, wie wir uns da ran saugen gegen Carlos Sainz. Und der wehrt sich nicht mal. Carlos Sainz chancenlos im Ferrari. Der will sich jetzt vielleicht hinten ranhängen, um auch noch eine Chance zu bekommen, an Alonso ranzukommen. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. 7,5 Sekunden ist schon ein Riesenstück. Und unsere Reifen werden jetzt ja auch nicht besser. Und der Vorsprung zu Alonso wächst sogar jetzt wieder an. Unsere Reifen sind über 35% abgenutzt. Sie sind jetzt dann schon abgenutzt. Und Alonsos Problem scheint behoben zu sein. Das passiert oft bei der KI, wenn da so ein Problem angesagt wird, dass das so nach 7, 8 Runden wieder behoben wurde aus der Ferne. Wir müssen jetzt also uns darauf konzentrieren, dass Sainz uns diesen zweiten Platz nicht wieder wegnimmt. Wobei wir mit dieser Abstimmung, glaube ich, wirklich eine gute Chance haben, da uns verteidigen zu können. Die Astri schneidet noch aus. Aber das interessiert uns nicht, sofern es keine Safety-K-Phase gibt. Und das scheint nicht der Fall zu sein. Hier drei Runden vor Schluss. Und wir sind in der letzten Runde und es ist nichts mehr angebrannt. Alles wird gut. Zweiter Platz für uns. Was für ein geiles Rennen. Hinten gab es aber noch tatsächlich einen Kampf zwischen Verstattem und Perez. Und tatsächlich ist Verstappen jetzt vor Perez. Ob das für die WM so schlau ist, lieber Red Bull, ich weiß es nicht. Aber Verstappen scheint heute einen Tick schneller gewesen zu sein. Alonso gewinnt mit angeschlagenem Auto und wir holen 18 plus einen Punkt. Was für ein geniales Rennen mit der Alonso-Strategie. Great drive, great drive. We're really happy with that performance. Well done. It's all about how you were with my parents. Yeah, I changed their mind. We're really happy with that performance. 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 Musik 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 Klar liegt das auch an unseren Big Points, aber da werden ja hoffentlich noch 1, 2, 3 in diese Saison kommen. Das ist zumindest der große Plan. Zurück im Hauptmenü. Endlich ist nichts kaputt gegangen. Das sieht alles wunderbar aus aktuell. Ich denke auf einem Getriebe. Gucken wir da noch zur Sicherheit. Ja, 18 Prozent. Das passt. Das war ja auch erst das zweite Rennen, glaube ich, genau mit diesem Getriebe, nachdem das uns ja am Anfang einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Schauen wir jetzt auf die Teamaktivitäten. Es gibt nur zwei Tage Zeit bis zum Rennen in Monaco. Und an sich würde ich ja die Podiumsplatz-Party natürlich machen, wegen des Moralboosts. Und ich denke, das macht grundsätzlich auch Sinn. Aber andererseits hier Tempo und Konzentrations-Bundesverallung damit der Punkte macht. Ich bin gerade ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, wir machen tatsächlich das Gewichtetraining und nicht die Podiumsplatz-Party. Auch wenn wir das auf jeden Fall nach dem zweiten Podiumsplatz und dem besten Saisonergebnis mit dem zweiten Platz durchaus verdient hätten, da eine kleine Party zu machen. Aber die Vorbereitungszeit zum Monaco-Kombrie ist kurz, deshalb sollten wir es nicht mit Party übertreiben. Von daher machen wir das und schauen jetzt lieber in die Forschung und Entwicklung, ob wir da jetzt noch hier was in die Wege leiten können. Vielleicht beim Antrieb, da haben wir jetzt schon länger nichts mehr machen können, weil alles so teuer ist. Wenn wir hier die Kraftstoffeffizienz machen, das ist doch gar nicht so verkehrt. Dann kommen wir da ein Stückchen weiter vor und das, denke ich, sollten wir auf jeden Fall machen. Es kommt eh erst nach Silt or Stone an. Also es dauert einfach hier diese teuren Upgrades und die Rotoren sind hier auch noch am, ja, am entwickeln. Ich hätte wahrscheinlich eher hier das Lager, nee, den Auspuff so heiß nehmen sollen, denn da hätten wir einen größeren Sprung nach vorne gemacht. Die Treibstoffeffizienz ist nicht so wichtig, aber egal. Jetzt haben wir das schon in die Wege geleitet. Wir sind ja auch nicht schlecht unterwegs, das passt. Und wenn wir hier auf die Grafik gucken, sehen wir auch, dass wir einen großen Schritt gemacht haben und auch weiter große Schritte machen werden. Und klar macht die Konkurrenz auch nicht nichts, von daher wird sich da was verschieben. Aber ich denke, wir können in dieser Saison auf jeden Fall hier in dieser Top 5 bleiben. Ja, ein Marketingereignis haben wir hier noch. Wir können Geld ausgeben und Teamanerkennung bekommen wegen Fanartikel. Das würde ich sagen, machen wir doch, damit wir da Stufe 25 noch irgendwann erreichen, um den letzten Sekundärsponsor noch freischalten zu können. Außerdem haben wir zwar 7,5 Millionen Dollar, aber der nette Hinweis hier, der macht uns schon darauf aufmerksam, dass ja irgendwann die Saisonhälfte ansteht, dann zu Frankreich, glaube ich, oder Österreich oder irgendwann da ungefähr. Dann müssen wir den Vertrag mit unserem Teamkollegen verlängern und das werden wir auf jeden Fall tun. Das kostet aber über 10 Millionen Dollar. Deshalb sollten wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen Geld ansparen und nichts ausgeben. Lieber vorspulen. Und dann war es das auch schon, denke ich, von diesem Rennen, denn wir können nichts weiteres tun. Es war richtig nice, dass wir da von Platz 11 mit der Alonso-Strategie auf Platz 2 vorfahren konnten und fast noch die Chance hatten, Alonso zu schnappen, weil der eben einen Defekt hatte. Aber am Ende zweiter Platz, 19 Punkte, unglaublich gut. Ich hoffe, dass wir in Monaco endlich mal ein gutes Rennen zeigen werden. Das war die letzten Jahre eher so ein bisschen schwierig. Ich werde auf jeden Fall daran denken, beim Qualifying die KI-Stufe runterzustellen. Weil da haben wir gesehen, im Qualifying haben wir irgendwie gar keine Chance an Monaco. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Und im Rennen dürfen wir uns dann wieder ein paar Stufen nach oben stellen, ohne dass es einen Pace-Unterschied macht. Da ist also irgendwas ein bisschen verbuggt aus meiner Sicht. Trotzdem werden wir uns da dann erst im nächsten Video dann mit auseinandersetzen. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut, ciao und servus. So, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte den Daumen nach oben da. Abonniert den Channel und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut bis dahin. Ciao und servus. Ciao und servus.